So Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil, der Groot erwacht, erweckt Herausforderungen. Welcome guys to the third part of the Groot Awakening Challenges. Wir werden jetzt Rocket Raccoon freischaden. We're gonna get Rocket Raccoon by finishing this challenge. Die Herausforderung heißt, setze als Groot ein Emote bei einem Denkmal der Freundschaft ein oder auch auf Englisch Emote as Groot at a Friendship Monument. So the Friendship Monument is hier, das Freundschaftsmonument ist hier, und ich zeige es noch auf der Karte, es ist hier, da es ist, und Leute, das einfach mal einen Emote machen hier. So you see, you can do the Emote, I don't know what the English name is, like Friends and Brothers in Law or something, Brothers and Fight or something, and Rocket Raccoon freigeschaltet, Leute. So here we got Rocket Raccoon, und Leute, wenn das Video geht, das Daumen hoch, da Abo und Like, und Rocket Raccoon. Guys, if you like my second bilingual video, please subscribe, drop a like, tell me in the comments, if I should make more English videos, should I keep them German-English, or should I make, you know, specific individual English videos for you, let me know, and maybe I will even create an own channel for English videos. So thank you very much for watching, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Turn zoom Vielen Dank.